Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe der Shots beim Tele-Stammtisch. Der Neustarts im Kino. Ja, und Kino muss man eigentlich hier eher doch in riesengroße Anführungszeichen setzen, denn so viele Kinostarts haben wir gar nicht, sondern eher welche auf den Streaming-Diensten und dabei auch noch Nachzügler. Aber es wird trotzdem eine kleine, aber feine Sendung, die ich hier heute moderiere. Hi, ich bin der Dom und für die erste Besprechung dieser Sendung hole ich mir auch schon meinen Gast herein. Für einen Nachzügler von letzter Woche, nämlich den Sven. Hi. Hallo. Wir haben beide einen Film gesehen, der letzte Woche Freitag rauskam, den ich auch schon vor fast zwei Wochen, glaube ich, gesehen habe. Und den du jetzt aber nach dem eigentlichen Release noch geguckt hast. Und machen wir es kurz. Wir haben gesehen Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Genau. Ist ja seit letzter Woche Freitag auf Disney+. Ich muss ja sagen, mich hat ja das kalte Grausen gepackt, als ich halt gehört habe, dass es eine Realverfilmung dieser wirklich kultigen 90er-Jahre-Disney-Serie gibt. Und was dann hier so auf mich zukommt, wusste ich dann schon anhand der Trailer, die ich auch sehr nett fand. Wie war das bei dir? Also ich hatte den Trailer überhaupt nicht auf dem Schirm, habe ihn angeguckt und dachte, ach ja, jetzt muss das nächste verballhornet werden und aufgehübscht. Und ich war nicht wirklich angetan. Ich fand zwar zwischendrin es cool, dass wieder normale Zeichentrickfiguren drin rumspringen. Da dachte ich noch, okay, das sieht aber ein bisschen anders aus als sonst. Aber ich muss sagen, ich war nicht wirklich gehypt. Okay. Ja, also gehypt war ich jetzt auch nicht, aber ich wollte ihn trotzdem gerne sehen. Magst du denn mal kurz sagen, womit wir es hier zu tun bekommen? Also, es geht darum, dass die Karriere von Chip und Chap vorbei ist und beide getrennte Wege gehen. Chip hat sich einer CGI-OP unterzogen und tingelt durch diverse Fan-Conventions, um ein bisschen Kohle zu verdienen und in Erinnerungen zu schwelgen, während Chip versucht, Versicherungen zu verkaufen. Doch als ein alter Freund sie um Hilfe bittet, sind sie bereit, sich wieder zusammenzufinden, um ihnen zu helfen. Ja, genau, das trifft es eigentlich. Wie gesagt, meine Erwartungen waren jetzt nicht die höchsten. Ich fand die Trailer aber irgendwie ganz cool. Und ich muss sagen, also das kann ich schon mal vorweg schicken, das ist womöglich eine der positivsten Überraschungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Absolut. Ich war so dermaßen überrascht, wie gut das funktioniert, dass ich heute, ich habe ihn heute Morgen gesehen und war, also ich war hellauf begeistert. Ich war wirklich, ich habe, ich habe es gefeiert. Ich muss es wirklich, ich habe es wirklich gefeiert. Ja, ja, ich auch. Also, der hat mir wirklich, äh, einen relativ grauen Tag versüßt dann am Abend der Film. Also, der, der Screener, herzlichen Dank dafür noch mal. Und ja, woran liegt das? Also, äh, es erinnert ja so, und das sieht man ja auch schon in den Trailern, es erinnert ja von der Prämisse einfach auch sehr an so was wie falsches Spiel mit Roger Rabbit, den ich jetzt am Wochenende auch noch mal geguckt habe. Äh, er mag da zwar nicht ganz heranreichen, aber der Humor funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und der ist wirklich mehr so ein Humor, den man bei Disney heutzutage gar nicht mehr so oft antrifft. Das ist eher, das geht eher so in Richtung von so was wie, äh, 21 Jump Street oder auch dem, dem Lego Movie, ne? Ja, also, der Humor hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Das hätte ich denen nicht zugetraut. Und ich muss es sagen, ich habe es in, in dieser Variante auch so noch nie gesehen. Ja, es ist, äh, äh, was irgendwie, was man, was man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und, ähm, was das Schöne ist, sie schaffen es zum einen, äh, eine schöne Hommage an diese alte Trick-Serie zu kreieren, für die ich ja schon irgendwo einen kleinen Platz im Herzen habe, muss ich zugeben. Ich bin halt ein 90s-Kid. Und zum anderen ist es aber auch teilweise mit wirklich ganz netten Spitzen, äh, eine schöne Satire halt auf den momentanen, äh, Status Quo von Hollywood, ne? Also, was halt Sequel-Wahn und Reboot-Wahn und so weiter angeht. Vor allem ist es eine deftige Portion Eigenkritik. Ja, definitiv. Die ich so null erwartet hätte. Und was mir auch so abartig viel Spaß gemacht hat, ist, da sind so viele, naja, nennen wir es mal Easter Eggs drin. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, den musst du, glaub ich, drei- oder viermal mindestens gucken, um auch alles genau mitzukriegen. Also, ich kann's bezeugen, ich hab ihn ja zweimal gesehen, tatsächlich einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Ich kann allerdings empfehlen, den wirklich auf Englisch zu gucken, weil, äh, die Sprecher sind ja hier, äh, Andy Samberg aus, aus ... Mhm. Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, genau. Und, äh, John Mal, äh, Malaney, den kenn ich jetzt nicht so. Äh, die sind ja, glaub ich, hier ... Das ist, glaub ich, dieses Comedy-Duo The Lonely Island, nennen die sich, glaub ich, ne? Und, ähm, also, die, die machen das wirklich großartig im Originalton. Im Deutschen fand ich's ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das tut dem Spaß trotzdem keinen Abbruch. Also, es ist, äh, vor allem, dass das Tolle ist, also, du hast viele Referenzen rumlaufen, aber das Schöne ist, und das hab ich auch, kann man gerne mal online gucken, es gibt ein Interview mit dem, äh, Regisseur Ackiver Schäfer, ähm, der gesagt hat, was ihm am wichtigsten war, nämlich so viel Nicht-Disney-Content wie nur möglich reinzuholen. Und da muss ich sagen, Chapeau, weil, äh, gerade das, äh, ist schon sehr auffällig. Also, hier sind bei weitem nicht nur Disney-Marken, sondern Universal und Warner haben hier tatsächlich mal fünfe gerade sein lassen und, äh, äh, viele Sachen, die ihnen eigentlich auch so in den letzten Jahren misslungen sind, sehr selbstironisch einfach hier einbauen lassen. Absolut. Also, ich war wirklich, also, wir haben ja nicht, wir haben ja wirklich an Disney, wie haben wir ja schon gesagt, alles rumspringen, also, es springen auch Muppets zwischendrin rum. Ja, ja. Und wir haben E.T., wir haben auch Batman. Und das Gute ist, das hat mir richtig gut gefallen, es ist alles nicht so arg überfrachtet, dass es dich wirklich vorm Fernseher erschlägt. Ja. Sondern ich finde auch, sie haben ein richtig gutes, äh, Timing drin. Das macht, also, es macht wirklich Spaß. Die ganzen Lorbeeren, alles das, was man liest, es ist wirklich verdient. Ja. Klar, der Plot ist, äh, relativ rudimentär. Man, äh, was man ein bisschen kritisieren kann, auch so als Fan der alten Serie, das hat die anderen Figuren, die man auch in den Trailer nicht so gesehen hat, und das kann man schon mal verraten, sie kommen hier zum Zug. Also, die alten, von der Rettungstruppe halt, aus der alten Zeichentrickserie. Allerdings doch, äh, ja, sie, sie kommen ein bisschen kurz, weil der Film sich schon sehr auf, auf Chip und Chap und deren, äh, Grundkonflikt irgendwie konzentriert. Aber für sich genommen funktioniert das tatsächlich sehr gut. Es ist natürlich alles sehr vorhersehbar, aber, äh, es sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig tolle Einfälle drin. Und ich, ich muss wirklich sagen, also, äh, ich hab seit dem ersten Lego-Film hab ich bestimmt nichts mehr so in dem Animationsbereich erlebt, was halt so zwischen Hommage und Satire auf sich selbst irgendwie hin und her, äh, tänzelt, könnte man sagen. Ja. Ich hoffe auch, dass sie davon mehr bringen. Ja, also, äh, gut, ob ich, also, einen zweiten Teil brauch ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber ich möchte mehr in die Richtung von Disney sehen. Was man allerdings sagen kann, äh, dieses, also, dass ja halt so viele andere Firmen ihre, ihre Lizenzen zur Verfügung gestellt haben, das hat für mich aber auch irgendwo eine bittersüße Note. Weil wenn man sich erinnert, und ich hatte ja gerade eben schon als Referenz den Lego-Film gebracht, also den ersten Lego-Movie, da war das noch alles relativ, ähm, liberal. Und beim zweiten, äh, Lego-Movie hat sich Disney aber mit seinen Star-Wars-Lizenzen und hier Indiana Jones und alles Mögliche wahnsinnig quergestellt. Und deshalb waren die da auch nicht mehr drin. Also, da merkt man schon, andere, äh, sind gegenüber Disney sehr viel gönnerhafter als umgekehrt, ne? Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, äh, wirklich eine Empfehlung, somit einer der besten Filme, die ich bislang auf Disney Plus gesehen habe. Schaut euch den Trailer an und wenn ihr den lustig findet, dann, äh, ballert euch das Ding rein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, schließe ich mich an. Äh, so, und dann hast du ja noch was gesehen, Sven, was es ja im Gegensatz zu Chip und Chap in die Kinos geschafft hat, worauf wahrscheinlich auch sehr, sehr viele gewartet haben, inklusive dir. Es geht nämlich um Immenhof 2, das große Versprechen. Ja, oh mein Gott, ich kann mich kaum auf meinem Stuhl halten. Äh, bevor ich jetzt drüber nachdenke, worum es eigentlich geht, äh, übernimm du das mal bitte. Also, es brechen natürlich neue turbulente Zeiten auf dem Immenhof an. Maligrod möchte seinen Champion, der vergiftet wurde, auf dem Hof verstecken, damit ihn die Gauner nicht wieder in die Finger kriegen. Aber das ist natürlich nicht das einzige Problem. Unsere Charlie ist auf der Kunstakademie, während Lou und Emmy den Laden schmeißen. Dann bekommen sie noch Unterstützung von ihrer Cousine Josie, die jedoch von Pferden sowas wie gar keine Ahnung hat. Ja, das ist so die Story. Wir haben Liebe, wir haben Pferde, wir haben kleine Pferde, wir haben Riesenpferde, ähm, wir haben ein bisschen Musik, aber sie singen nicht. Also Fans der ganz, ganz, ganz alten Filme, die vielleicht auch schon den ersten Teil gesehen haben, der neu rebooted, also neu fortgesetzt wurde, so kann man es eher nennen, ähm, ja, werden sich auf Teenies und, ähm, wie soll ich sagen? Pferde. Pferde. Und halt Neuzeitmucke. Ja, das ist halt nichts. Und Heiner Lauterbach. Und Heiner Lauterbach. Ja, also die Besetzung ist nicht so schlecht. Ja, die ist ehrlich gesagt schon zu hochkarätig für diese Art von Film, wenn ich das mal sagen darf. Ja, also, ich muss sagen, ich kenne die ganz alten Filme, ich kenne auch leider den, die neuere Version, die mir schon nicht so gut gefallen hat, aber mir muss es nicht gefallen. Mhm. Damals habe ich sie mit, äh, meiner Tochter geschaut, die fand's gut. Und beim zweiten Teil, wo ich auch einen Screener bekommen habe, übrigens vielen herzlichen Dank. Ja, ist es genauso. Für Pferdefans, Spitze. Für die alten Pferdefans vielleicht auch. Für mich ist es nix. Es ist schön gedreht. Wir haben schöne Aufnahmen. Mhm. ja. Und also da, da hast du dich jetzt so um den Screener gerissen und dann, äh, ja. Ja, ich hatte eigentlich auf Gesangseinlagen gehofft, aber ich wurde, ich wurde enttäuscht. Bei dieser Art von Film keine Gesangseinlagen. Ja gut, dann. Ja, in den alten singen sie halt, ne? Dann wird dann hier, reiten sie dann auf ihren Ponys über die Wiese und dann wird deutsches Volksgut geschmettert. Das ist hier natürlich nimmer so, ne? Die Zeiten sind einfach vorbei. Also würdest du sagen, äh, Leute, die ja schon, soweit ich weiß, das ist, das ist ja der zweite Teil schon, äh, der funktioniert in erster Linie für Leute, die den auch mochten oder generell dem Ganzen was abgewinnen können. Genau, ja. Für den Rest ist es nix. Das ist, ja, Pferde und Mädels und, ja, Liebe, Herz, Schmerz, das komplette Paket, alles drin, ist für Fans, ja, der Rest kann man reinschauen, aber ich glaube nicht, dass das da was mit, dass es da funktioniert. Klar. Dann, äh, werde ich jetzt mal eben meine Karten für den stornieren. Einen Moment. So. Äh, und dann kommen wir zu was anderem, was auch, äh, in den, äh, Kinos startet tatsächlich. Der zweite Kinostart in dieser Sendung, der Hammer. und zwar ein neuer, äh, Detective Conan-Film startet, äh, diese Woche. Den haben sich Cathy und Till vorab ansehen können und wie der ihnen gefallen hat, das hört ihr jetzt kurz und bündig in unserem Einspieler Fahr-Ab-Paul. Wenn man von einer Gruppe mit Kübisköpfen verfolgt wird, ein Kaugummi den Tag rettet oder ein Kind viel zu schlau für sein Alter ist, hat man entweder einen ziemlich heftigen Albtraum oder aber man schaut den neuen Detective Conan-Film. Und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu Detective Conan-Film 25, Die Halloween-Braut. Der liebe Till, hi. Moin. Und ich, Cathy, haben den Film bereits schauen können. In Detective Conan, Die Halloween-Braut, geht es um einen ehemaligen Hauptkommissar von dem Polizeipräsidium, der heiraten will, aber einen Drohbrief bekommen hat. Und deswegen werden die Polizisten eben abgestellt, um seine Hochzeit zu überwachen. Und da gibt es am Anfang so eine Probehochzeit, um das alles, die Strategie auszutesten. Da geht natürlich alles schief, aber halb so schlimm. Dann geht vor dem Präsidium eine Bombe hoch, die sich an Anschläge erinnert, die vor drei Jahren schon stattgefunden haben. In der Jackentasche des Typens, an die Bombe hochgehen, findet man eine Visitenkarte von Inspektor Matsuda, der aber vor drei Jahren gestorben ist. Dann, ja, ein spinnt der Film halt so und versucht herauszufinden, was dieser verstorbene Inspektor mit den Anschlägen jetzt auf sich hat. Till, was sind dein Vorwissen zu Retreativ Conan? Ich habe früher auf RTL 2 sehr, sehr, sehr viel Conan geguckt. Ich habe es auch gelesen und das waren auch so die ersten Beruhigungspunkte, wo ich gemerkt habe, es gibt geschnittene und ungeschnittene Sachen im Fernsehen. auch im Nachmittagsprogramm, weil es ist, der Manga ist halt deutlich blutiger. Die allererste Folge ist so eine Enthauptung in der Achterbahn, da spritzt das Blut wie Blöde und im Anime kommt nur so ein Lichtstrahl raus. Das ist halt ein bisschen weird und so habe ich Conan kennengelernt. Ich habe das relativ lange geguckt. Im Gegensatz für mich zumindest zu zum Beispiel Naruto, ist Conan etwas, was einem einfach im Alter dann verliert. Conan tritt im Endeffekt auf der Stelle. Wir haben jetzt Film 25. du kriegst nochmal komplett erklärt am Anfang, wer sind die Männer in Schwarz? Warum ist er ein Kind? Warum ist er so schlau? Jeder, der den 25. Film guckt und nicht gerade den Screener guckt, so wie wir, aufgrund von Besprechungen, der weiß das. Man guckt den Film nicht ohne Vorwissen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich eh auch für den Telestammtisch da den 24. Film besprochen. Damals hatte ich, also ich habe ein paar von den Mangas gelesen, dann nach dem Film actually mehr, als ich davor gelesen gehabt habe. Und ich finde das gut, dass sie einem, also ich meine, das ist ja nur das Intro, das geht dann halt eine Minute lang und da wird halt alles an Info, was du irgendwie brauchst, reinpackt. Und das finde ich ganz gut, weil so kann man, selbst wenn man keine Ahnung hat, Conan ist jetzt nicht so komplex, dass man irgendwo mittendrin einsteigen könnte. Deswegen finde ich es schön gut, dass sie so in der einen Minute alles einmal durch erklären und dann kommt man auch super mit, finde ich, mit der Story. Also man kann auch einsteigen, ohne jemals eine Folge gesehen zu haben. Ja, total. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Das ist halt, Conan ist halt immer so eine, ja, der arbeitet immer so seine Daily Quest ab halt, ne, sage ich mal. Ja, genau, genau. Mehr passiert nicht, außer dass vielleicht nochmal jemand dazukommt, der jetzt wie hier, weil so viel Zeit vergangen ist, auch irgendwie klein geworden ist, weil sie ja vor den schwarzen Männern abhaut und so. Aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Und dann kommen wir zur Story. Ich meine, die Story ist super, duper irgendwie innovativ, aber sie macht Spaß, finde ich. Also es ist ein bisschen generisch. Man kann sich vielleicht denken, was passiert, wie es passiert, aber an sich, finde ich, man kommt gut mit, auch wenn sie sehr vollgepackt ist und immer irgendwas passiert, aber das ist nun mal Anime und Conan so. Aber ich weiß nicht, wie es direkt dir gegangen ist. Ja, ich fand es auch so. Das war schön klassischer Conan. Also der letzte Film, 24, hat mir nicht so gut gefallen. Das war ja mit diesem Conan-Gegner da, dieser weiße Hayopai. Ja, mit diesem Zug, ich habe mich nicht zu erinnert. Genau. Und jetzt war es okay. Ich fand die Story ganz cool. Ich fand die Geschichte an sich interessant. Die Twists fand ich nett. Also man konnte sich, wenn man zwei Filme oder sowas in die Richtung mal gesehen hat, kann man riechen, was passiert. Und wer sich auffällig verhält, ein bisschen zu auffällig vielleicht. Aber es war gut. Man hat irgendwie, außer dieser, doch, die Betäubung war auch dabei. Der Fußball durch den Superschuss, man hat alle Gadgets dabei. Ja, genau. Das Skateboard. Genau, das Skateboard und alle wichtigen Charaktere. Man fühlt sich wohl, wenn man Conan kennt. Und wie du schon sagtest, man kommt zu 100% mit, wenn man Conan überhaupt nicht kennt. Absolut, ja. Weil das im Endeffekt, abgesehen vom, es kann auch eine Geschichte sein, die nicht im Conan-Universum spielt. Weil das halt eine abgeschlossene war. Das war alles gut und schlüssig, fand ich, ja. Ganz genau, ja. Wenn wir noch über den Stil reden wollen, also ich mag den, das mochte ich schon auch beim letzten, ich mochte den Zeichenstil, also sehr vom Look her. Wie ging es dir dabei? Ja, es ist alles ganz rund. Also nicht die Zeichnungen sind rund, sondern es ist alles ein rundes Gesamtpaket. Es sieht ganz schick aus. Ich war nur nie der große Fan von dem Zeichenstil insgesamt. Okay, das ist Geschmacksang. Ja, eben, genau. Aber nichts, was mich stört. Gibt es irgendwas, was du losen bei möchtest? Man kann, wenn man Conan-Fan ist, also wirklich Conan-Fan, dann wird man sowieso, bei uns ist es diese Anime-Neid, ich glaube, das ist generell fast überall so, dass es als Anime-Neid rauskommt. Zumindest kenne ich das bei mir im Umkreis so. Da kann man mit Trost reingehen. Da macht man eigentlich tatsächlich als Anime-Fan und vor allem Conan-Fan überhaupt nichts falsch, weil das eine wirklich spannende Geschichte ist. Und auch, wenn man den Einstieg vielleicht mal machen möchte und sich denkt, ah, vielleicht probiere ich das mal auf der großen Leinwand. Auch als Nicht-Kenner, würde ich sagen, kann man da absolut reingehen und wird, wenn man auf diese Diktiv-Geschichten steht, seinen Spaß damit haben. Ja, würde ich auch sagen. Also für mich ist das so eine klassische, so eine 7 von 10, so eine 3,5 von 5. Ja, ja. Das ist solide. Ja, genau. Nicht überragend, aber auch nicht so, na, war jetzt nicht so gut. Kann man machen. Dann bedanke ich mich bei dir, Till. Ich danke dir. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir auch wieder zurück. Herzlichen Dank an Kathi und Till, die ja zumindest von dem Film, wie ich das mitgekriegt habe, ein bisschen begeisterter waren. Wer allerdings auch ziemlich begeistert ist von einem wiederum ganz anderen Streifen, ist der Paul. Hi. Hallo. Ich bin sehr begeistert. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Es klang so zwischen den Zeilen durch. Ich werde jetzt allerdings nicht versuchen, den Originaltitel auf die Kette zu kriegen. Ja, RRR oder RRR, je nachdem, welche Aufsicht man sich entscheidet. Ja, obwohl er heißt ja, er heißt ja bei Netflix nochmal irgendwie anders und damit sind wir ja auch schon am Ort des Geschehens, nämlich, ich glaube, seit letzter Woche ist er auf Netflix gestartet. Ja, das ist, glaube ich, auch schon vorher im Kino, ne? Genau, das ist eine kuriose Geschichte. Der war, seit 25. März war der in ein paar Kinos zu sehen und seit ein paar Tagen jetzt war er auf Netflix oder beziehungsweise ist er auf Netflix zu sehen. Als ich ihn da gesehen habe, allerdings nur, wenn man seine Profileinstellungen auf Englisch umgestellt hat, wenn man das normale deutsche Profil hatte, war der nicht zu finden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wurde, aber ich musste mein Profil quasi auf die englische Sprache umstellen, um diesen Film zu finden. Und lustigerweise ist er auf Hindi. Genau. Richtig. Böstenteils. Ja, Paul, dann sag uns doch mal so kompakt, worum es in RRR, im Deutsch ist es natürlich noch mal, ja, da hat er noch mal einen ganz anderen Flair, der Titel. Also, ja, der Film spielt zur Zeit, also spielt in Indien zur Zeit der britischen Besetzung so ganz grob. Das ist keine, also dieses Setting, das ist gesetzt, aber es hangelt sich jetzt nicht an irgendwelchen historischen Fakten oder so lang. Und es geht eben um einen um einen Mann, der möchte, ein Mädchen wurde aus einem Dorf entführt und das möchte der zurückholen. Und dieser Mann, der begegnet dann irgendwann einem indischen Polizeioffizier und zwischen den beiden, weil sie nicht wissen, was der jeweils andere für ein Stand beziehungsweise für eine Mission oder was der eben ist, entwickelt sich zwischen denen eine Freundschaft, bis es dann eine dramatische Wendung nimmt, als sie eben erfahren, dass sie auf verschiedenen Seiten stehen und so weiter. Also die Handlung ist so zusammengefasst und ist aber auch nicht das, worauf es in diesem Film ankommt. Und ich hatte mich nur so, mir war der insofern ein Begriff beziehungsweise ich war interessiert, was denn dahinter steckt, weil er von vielen, vielen Stimmen als eines der größten Action Werke definiert oder überschrieben wurde, die es in diesem Jahr zu sehen gibt. Nun bin ich so nicht ganz der große Action-Film-Fan, aber wenn dann doch so ein Film so hoch gehalten wird und man mehrmals liest, ja dieser Film definiert vielleicht auch noch heutzutage Action neu, dann bin ich doch ein bisschen neugierig und hab gedacht, komm, schau sie dir den mal an. Der geht auch satte drei Stunden, ist wie gesagt auf Handy mit deutschen Untertiteln und ist quasi so Action-Drama-Historie und es wird auch mal gesungen, also so ein bisschen das gibt's auch noch, ja. Okay, also man muss ja sagen, so von den Bildern her oder auch so von der Handlung her denkt man jetzt nicht unbedingt an Action-Film und ich hatte jetzt, also er wird ja tatsächlich innerhalb einer gewissen Blase wirklich gehypt, würde ich schon sagen. Schon sehr. Woran liegt das? Also ich hatte nur irgendwas gehört, dass er auch so ein bisschen so ein Ritt durch die Genres ist. Nee, würde ich nicht mal, also er hat, wie gesagt, er ist Action durch und durch, er hat so ein bisschen was Abenteuer, auch ein bisschen Drama oder Musical, wie gesagt, aber eigentlich ist er ein Action-Feuerwerk, ein überlanges, wuchtiges Event-Kino mit gewaltigen Schauplätzen und gigantischen Action-Einlagen, also ein riesiges Spektakel eigentlich, was also wirklich so auf dem kleinen Netflix-Bildschirm so, also bestimmt im Kino nochmal viel besser gewirkt hat, aber das hier ist wirklich, das ist Bombast und Spektakel und das die ganzen drei Stunden lang. Wow. Okay, und also der zeigt dann wirklich so Hollywood, was eine Hake ist in Sachen Action, hast du das Gefühl? oder? Also er zeigt auf jeden Fall, würde ich schon sagen, Action, die man jetzt nicht so alle Tage sieht, aber er zeigt vor allen Dingen Action, die komplett drüber ist, also allgemein der ganze Film ist komplett übersteigert, diese ganzen Action-Szenen, die sind nicht realistisch oder die sind, die kommen auch nicht wirklich, ja, mit einer Härte, also die möglichst große Bilder zu schaffen, das war hier schon wahrscheinlich eher das Ziel oder alles daraus hinaus zu holen, es gibt so viele abstruse Kampf und was weiß ich Szenarien, die hier geschehen, dass ich durchaus sage, ja, der Film ist auf technischer und inszenatorischer Ebene sicherlich an manchen Stellen wirklich interessant anzuschauen und auch wirklich ein Erlebnis, weil man sowas dann doch nicht alle Tage sieht, aber wirklich in seiner Länge und in seiner, wirklich in seiner Sucht nach, ich muss jetzt das größtmögliche Spektakel rausholen, ist ja auch irgendwann einfach nur noch ermüdend und dann strotzt er noch vor Heroismus und Pathos und ach, ja, also ist deine Begeisterung so ein bisschen abgeebbt zum Ende hin oder du hast dich einfach so ein bisschen erschlagen gefühlt, so klingt es für dich. Ja, äh, ich hab das schon das bekommen, was viel, äh, gesagt wurde und ich kann auch durchaus verstehen, warum viele Leute den so hoch ansehen beziehungsweise sich da so, äh, da vor allen Dingen dieses Action-Merkmal so hervorhalten und das seh ich auch vielleicht jetzt nicht ganz so krass, aber, ja, für mich war es irgendwann diese, diese, dieses atemberaubende Action-Gewitter, was es irgendwo auch ist, das bekommt dann halt auch manchmal dann so durch die hundertste Zeitlupenaufnahme auch mal komische Züge und dann ist auch dieses ganze Drama drumherum, was jetzt schon nicht besonders komplex ist und nicht besonders äh, reizvoll, also eigentlich ist alles, was neben der Action stattfindet, ist, ist egal, so über Charaktere, die braucht man eigentlich nicht besonders reden, schon gar nicht über die weiblichen Charaktere, weil da kann sie den wirklich nur an den, äh, an den Kopf schlagen, ähm, aber, ja, dann ist es, das ist alles so dramatisch überhöht und dann, ach, ja, wirklich viele Einzelmomente oder viele Action-Sequenzen, die ich wirklich, wo ich wirklich sag, boah, ja, die hätte ich jetzt vielleicht auch gerne mal auf der großen Leinwand gesehen oder so, hm, ist schon eine Wucht, aber über drei Stunden hinweg vielleicht auch zu lang und dann natürlich auch mit so ein paar Botschaften hier zum Thema, äh, Kolonialismus, vor allen Dingen wird da sehr viel auf die Briten drauf gehauen, ähm, Oh, ganz was Neues. Ja, ähm, das ist jetzt, also das ist jetzt nicht so viel, also besitzt jetzt nicht so viel Reiz, äh, wenn, dann ist es wirklich ein, dem man wegen den Action-Szenen guckt und, ja, ja, mir war es dann irgendwann, mich hat es dann irgendwann verloren, weil es war dann eben immer dieselbe Stilisierung oder Ikonisierung von solchen Figuren, die ich jetzt nicht mal so persönlich besonders sympathisch oder nachvollziehbar oder was fand, aber vielleicht kommt es darauf auch nicht an, was mich so ein bisschen gewundert hatte, äh, ich hatte nämlich auch mal tatsächlich ganz kurz reingelinzt auf Netflix und, äh, da hat der interessanterweise nur eine Laufzeit, also nur eine Laufzeit von 153 Minuten. Was? Wie ich das jetzt hier sehe. Ja. Okay. Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei mir drei Stunden ging. Also bei mir steht drei Stunden fünf, wenn ich kurz in meine hoch, in meine, äh, Netflix-App gucke. Ja. Hashtag no ad hier. Hier steht, äh, also ich hab mir gestartet, mir sieben von 153 Minuten. Seltsam, na gut. Aber, aber das, aber Moment, das, das ist der jetzt schon, oder, ne? Das, oder, oder vertu ich mich jetzt? Ja, R, R, R. Ja gut, okay. Aber ja, bei mir geht er auch, im, während ich abspiele, über, also drei Stunden. Ähm. doch, doch, okay, hier ist er. Man muss es, man muss das schon mögen und man muss auch, also sich auf das einstellen und wenn man sich darauf einlässt, bekommt man wahrscheinlich eines der größten Spektakel, was es dieses Jahr im Streaming oder auch im Kino wahrscheinlich zu sehen gibt. Das definitiv. Okay, das klingt, äh, ich werd vielleicht doch mal reingucken. vielleicht guck ich mir den in Stückchen an oder so. Ja, oder nur mal so, so eine Action-Sequenz, weil die sieht schon, äh, wie gesagt, für was anderes brauchen wir den nicht gucken, ganz ehrlich. Okay. Ja gut, äh, dann, ja, ist, äh, eine eingeschränkte Empfehlung, würde ich jetzt mal sagen. Dann kann ich jetzt aber mit was kommen, was wir auch beide gesehen haben und wo ich mich ehrlich gesagt vor Begeisterung kaum halten kann, das kann ich schon mal sagen, ist auch ein Film, den ihr nur im Stream schauen könnt und, äh, das ist hier allerdings ein bisschen anders und zwar, es handelt sich um Flea aus, äh, Dänemark, ein Dokumentarfilm, allerdings nicht irgendeiner, sondern einer, der nahezu komplett animiert ist. Das hat zwar schon auch öfter gegeben, aber der hat, ähm, ziemliche Aufmerksamkeit bekommen, also ich glaube ursprünglich lief er auf dem Sundance Film Festival und dann, äh, ist der irgendwie halt, wie man das so kennt, von einem großen Festival zum anderen getingelt und am Ende, äh, tatsächlich bei satten drei Oscar-Nominierungen gelandet, nicht nur als bester ausländischer Film für Dänemark, sondern auch als bester Dokumentarfilm und sogar als bester Animationsfilm. Und das vor allem auch noch mit einer Thematik, die schon durchaus ein bisschen, ja, sagen wir mal so, also, äh, in Amerika dürfte es interessante Reaktionen, glaube ich, auf den gegeben haben, obwohl ich da jetzt nicht so was mitbekommen habe. Aber ich hatte nur mitbekommen, dass, äh, Bong Joon-ho, den unter anderem schon auf seiner Top-Liste für 2021 hatte. Der lief ja auch, glaube ich, schon auf der Berlinale. Hier hatte er es allerdings nicht ins Kino geschafft. In Deutschland haben wir aber den Vorteil, dass das Ganze eine Koproduktion mit Arte ist, also dem Kultursender Arte. Und da die jetzt, äh, soweit ich weiß, ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, wird der nächste Woche im Free-TV als Premiere gezeigt. Und man kann ihn jetzt schon in der Arte-Mediathek sehen. Ja. Und, äh, das haben wir zwar hübschen gemacht, ähm, ich weiß gar nicht, hattest du den so auf dem Schirm? Ja, ich hatte, ich hatte mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn nicht schon vor den Oscars gesehen habe, weil das war so, wirklich, so die größten Filme oder die, die Filme, die am meisten nominiert waren, hatte ich gesehen, bis auf Flea, weil das war wirklich einer der, weil er in drei Kategorien, dann auch noch bei den, äh, bei den Dokus und bei den Animationsfilmen, der hatte wirklich noch so gefehlt. Deswegen hatte ich mich jetzt auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, ach, guck mal, den gibt's jetzt bald sogar noch frei, äh, bei Arte zu sehen. Also, ja. Ja. Und da gehört er auch hin, tatsächlich. Er hätte allerdings auch, also, ja, gut, also, wenn, wenn er jetzt ins Kino gekommen wäre, dann wäre er eh total untergegangen, vielleicht ist es auch ganz schön, dass jetzt überhaupt Leute ihn sehen und ich muss sagen, äh, den müssen so viele Leute wie möglich sehen, weil das ist womöglich, äh, das ist ein so wahnsinnig wichtiger Film in der aktuellen Zeit. Aber bevor ich mich jetzt hier völlig versteige, äh, magst du vielleicht kompakt kurz zusammenfassen, worum's eigentlich geht? Ja, ja, also, kurz gesagt, begleitet dieser Film das Schicksal eines jungen, beziehungsweise dann jungen Mannes, nämlich Amin, der kommt, äh, als unbegleiteter Minderjähriger sozusagen dann aus Afghanistan über ein paar verschiedene Umwege nach Dänemark, ähm, und dann jetzt, das wird aus der Gegenwart quasi erzählt, rückblickend wird auf sein Schicksal geblickt. Mittlerweile, äh, äh, ist er erfolgreicher Akademiker und hat auch seinen langjährigen Freund geheiratet und, ja, aus der Zusammenfassung sieht man schon, hier verschränken sich verschiedenste Themen, die diesen Mann sein Leben lang begleitet haben und die er nun quasi in diesem animierten Dokumentarfilm reflektiert. Genauso kann man's wirklich in den Grundzügen zusammenfassen. Ja, es ist wirklich eine außergewöhnliche Dokumentation, äh, man kann es sicher halt so erklären, also die, die Personen existieren ja wirklich real, aber deren Namen wurden ja verfremdet und ich nehme auch an, dass einer der Gründe, das als Animationsfilm umzusetzen halt war, um eben auch deren Identität zu schützen, ne? Mhm. Ja, was, was, äh, sind so deine Gedanken zu dem? Ich halte mich noch so ein bisschen zurück. Ja, ich merke schon, ähm, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich dieses, diese überschwänglichen Lobeshymnen oder so, ob ich das teilen kann. Ich fand den Film gut, der hat mich auch an manchen Stellen wirklich, äh, sehr gut, äh, mitgenommen. Ich habe auch durchaus gespielt, wie mal meine eiskalte Gänsehaut irgendwie überall, puh, einmal mit dem kompletten Körper gelaufen ist. Mhm. aber letztendlich und als Gesamtprodukt hat er mich dann doch nicht so begeistert, in Anführungszeichen, wenn man jetzt was bei dem Thema so sagen kann, ähm, wie ich es gedacht habe oder, ja, äh, wie ich es vielleicht auch erhofft hatte. Und ich weiß auch noch nicht ganz, woran das liegt. Ähm, aber wir können ja erst, ich weiß gar nicht, möchtest du jetzt erst mal was sagen oder wollen wir uns an irgendwas erst mal entlanghangeln? Ja, es ist ein bisschen schwierig bei dem Film, weil ich, äh, also ich muss sagen, ich bin restlos begeistert. Ähm, das ist für mich ein wahnsinnig wichtiges, äh, einfühlsames Werk, was nicht nur, äh, äh, einfach anhand von irgendeinem Einzelschicksal eben, äh, die verheerenden Umstände einer, einer Flucht schildert, sondern das Ganze tatsächlich auch universal begreifbar macht und das vor allem in einer Zeit, wo das halt wirklich notwendig ist, ich sage nur halt Ukraine, Krieg oder jetzt auch, äh, also ich meine, er kommt ja aus, aus Afghanistan und wir wissen ja, was, da erst, äh, letztes Jahr vonstatten ging und, äh, vor allem zeigt diese Doku ja auch, also man muss ja dazu sagen, das spielt ja, ich glaube, es beginnt Anfang der 80er, ne, glaube ich, in Afghanistan und, ähm, durch verschiedenste Umstände landet er ja dann irgendwann, äh, in Skandinavien als Flüchtling oder Geflüchteter und, ähm, ja, es zeigt sich halt, dass sich da eigentlich nicht viel geändert hat beziehungsweise, dass, dass diese Gesellschaft dort in Afghanistan, dass die eigentlich sich so in so einem, in so einem Teufelskreis befindet und eigentlich immer wieder, ja, halt dieselben grundlegenden Probleme, äh, sich da durchziehen und vor allem sieht man auch, dass seine Familie sogar noch relativ liberal ist und dass die auch welche sind, die eben von, äh, diesen Extremisten, die dort auf dem Vormarsch sind in den frühen 80ern, dass die tatsächlich auch vor denen fliehen und dass es auch ähnlich wie dann zum Beispiel der IS oder aber auch die Hamas, äh, radikale Fundamentalisten sind. Mhm. Ja. Ja, mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Also ich hab ihn, äh, ist noch gar nicht lange her, dass ich ihn beendet habe. Mhm. Ist ja auch erst seit gestern raus. Genau. Ist ja auch jetzt nicht so, dass er mich jetzt, äh, dass er mich jetzt so mitgenommen hat und dass ich deswegen meine Gedanken nicht ordnen kann. Mhm. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, dass er sowohl, das Einzelschicksal als auch dieses, ja, diese universell übertragbare Fluchtgeschichte irgendwie begreifbar macht. Mhm. Ich war mir nicht sicher, ob er das dann, ob ihm das tatsächlich dann auch in jedem Maße oder in jedem, mit jedem, mit der Tiefgründigkeit oder mit dem Gespür gelingt, womit es möglich gewesen wäre. Mhm. Und, aber es, es gibt wirklich, und das muss ich auch nochmal jetzt sagen, es gibt Einzelszenen, die vor wirklich, auf der Flucht beispielsweise, vor, äh, Beklemmungen, vor, ähm, Klaustrophobie fast, äh, in dem Wald da, die wirklich sehr, sehr eindringlich sind oder auch eine Szene, wo sie mit dem Boot, äh, fliehen und dann vor einem riesigen Kreuzfahrtschiff, was, ja, quasi stellvertretend oder als Sinnbild für die gesamte westliche Welt stehen kann, ähm, was, die Szenen, die sind wirklich in Erinnerung geblieben und die sind auch schön durch den Malstil oder durch den Animationsstil, finde ich, ist das schön eingefangen worden. Das ist hier, das ist eher unaufgeregt, da gibt's auch manchmal kleine, so Wechsel zwischen den, zwischen, ja, wie sag mal, Erinnerungssequenzen oder so, wo, wo die Farben, wo, wo die Bilder dann so verwischen und das Ganze noch, also ja auch ein bisschen surrealer oder so wird, das fand ich sehr schön. Ja, das ist natürlich, äh, stilistisch sehr eigen, aber zugleich fügt sich das, also für mich fügte sich das alles wunderbar ein und das waren ja auch größtenteils dann Szenen, wo er dann ja auch sagte, dass seine Erinnerung da auch nicht mehr ganz so, so klar ist teilweise, na, ähm, irgendwo ist das Ganze natürlich auch ne, wirklich jemand, der, der eigentlich so in seine Vergangenheit eintaucht, und dann natürlich auch damit abschließt, ne, weil, ähm, man muss ja dazu sagen, er ist ja gegenüber seinem Ehemann, ähm, ist er ja auch schon oder anderen gegenüber, ist er ja nie so wirklich, hat er sich nie so wirklich geöffnet und das wird ihm wahrscheinlich auch daran gehindert haben, äh, so richtig, sag ich mal, im, in dem neuen Land, in der neuen Heimat anzukommen. Das zeigt der Film zum Beispiel auch und, äh, das macht, das ist anwendbar auf alle möglichen Geflüchteten weltweit, was das angeht. Und gleichzeitig möchte er aber auch so ein bisschen mit eben, also dadurch, dass Armin eben homosexuell ist, auch so ein bisschen, ja, eine Geschichte von jemandem erzählen, was man jetzt gar nicht, Fluchtbiografien oder so, hat man ja schon das ein oder andere Mal jetzt in den letzten Jahren durchaus auch in filmischer Form oder so, äh, aufbereitet gesehen, um jetzt auch noch, äh, eine queere Figur zu nehmen, ähm, und wie gesagt, da bin ich mir, bin ich noch nicht so, vielleicht müsste ich ihn auch dazu nochmal sehen, ähm, und so gucken, äh, wie er das damit einbindet oder wie er sich damit auseinandersetzt, weil das hatte ich manchmal so ein bisschen Gefühl, da, da wäre noch mehr oder da hätte mich noch mehr interessiert oder das hätte man noch irgendwie anders machen können, aber ich kann's auch gerade nicht richtig an einem Ding oder so festmachen, das sind erst nur Gedanken, die mir noch, äh, wie gesagt, im Kopf rumschwirren. Es ist natürlich auch gar nicht mal so viel von deren Kultur gezeigt worden, beziehungsweise es wurde gezeigt, dass, äh, die in Afghanistan eigentlich relativ modern auch, also, entsprechend der Umstände gelebt haben und das sind auch durchaus schöne Momente, wo man auch merkt, dass er selber halt auch noch heranwachsender ist, ne, also da sind auch manchmal so Momente, der, der, ja, fast noch kindlichen Unschuld, das hat mich auch manchmal ein bisschen an sowas wie die letzten Glühwürmchen denken lassen, das, das war, also das, das waren auch sehr schöne Momente und es hat vieles halt, also mich, mich hat der emotional einfach richtig, richtig mitgenommen, also an, an verschiedensten Stellen und, ähm, weiß nicht, also der, äh, ist auch durchaus geeignet dafür, Leuten auch mal vor Augen zu führen, unter welchen Umständen so eine Flucht wirklich vonstatten geht und was das auch für den Menschen und seine Entwicklung beziehungsweise, äh, die, die Art im Nachhinein damit zu leben, äh, angeht. also wirklich ein wahnsinnig wichtiger, bemerkenswerter und vor allem handwerklich fantastisch umgesetzter Film, den wirklich, den sollte jeder gesehen haben eigentlich. Zumal, wenn, wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, den auch noch frei in der Art der Mediathek zu sehen, da würde ich sagen, äh, kann man das wirklich mal, äh, kann man das wirklich mal machen. Kann man nichts mit falsch machen. Könnt ihr seit dem 23. sehen und, äh, am 30. Mai ist dann, glaube ich, die Free-TV-Premiere auf Arte, aber, ja gut. Wer sich um 20.15 Uhr vor den Fernseher setzen will, den werde ich jetzt nicht aufhalten, aber schauten euch, ob sei ihr schauten, ist völlig egal, in welcher Form, außer vielleicht auf eurem Handy, aber schaut ihn euch an, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Okay, äh, Paul, dann danke ich dir recht herzlich. Sehr gerne. Und, äh, dann kommen wir tatsächlich noch, äh, zu einem zweiten Einspieler, den wir vorbereitet haben, beziehungsweise der Kollege Max vorbereitet hat, der hat nämlich eine Serie, oder ist es ein Film auf Amazon Prime gesehen? Nennt sich auf jeden Fall Kids in the Hall, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber mehr kann euch natürlich der Max davon erzählen im Einspieler. Viel Spaß. Jo, also, äh, Stu hat mir vor einer Woche in etwa mal eine Nachricht geschrieben von wegen, hey, da gibt's eine neue Sketch-Comedy auf Amazon und die soll ich mir unbedingt mal anschauen, weil er findet, die ist irgendwie ein bisschen wie Antidonna und könnte mir gefallen. Natürlich mache ich das, weil wenn's du irgendwas sagst, dann folge ich dem auch und, ja, habe ich dann mal durchgeklickt. Die, äh, Serie, von der ich spreche, heißt The Kids in the Hall und es handelt sich um eine von Amazon jetzt finanzierte Neuauflage einer in den Anfang der 90er in Kanada sehr populären, ja, Sketch-Comedy-Serie und ich würde es jetzt dann auch mal ein bisschen vergleichen mit den kanadischen Monty Python, so in etwa kamen sie mir zumindest vor, ist ein Künstlerkollektiv aus fünf Jungs, die sind jetzt alle so Anfang 60 und, ähm, bekannt sein dürften vor allem Mark McKinney und Scott Thompson, zumindest vom Gesicht der Mark McKinney ist derjenige, der den Glenn bei Superstore spielt und Scott Thompson hat unter anderem eine Rolle als ein relativ lustiger Forensiker bei Hannibal. Die anderen drei, Dave Foley, Bruce McCullough und Kevin MacDonald, die kämpfen man gesichtsweise auch irgendwo her, aber ich weiß nicht genau, wo ich sie zuordnen soll, ist aber auch eigentlich völlig egal. Ja, die Serie ist, wie gesagt, jetzt erstmal für eine Season eingekauft worden von Amazon und, ähm, ja, hört da auf, wo mehr oder weniger die fünfte Staffel der Ursprungsserie aufgehört hat. Äh, die Jungs werden ausgegraben und dann treiben sie wieder ihr Unwesen. Für wen könnte das interessant sein. Stu hat ja schon gemeint, Antidonna sieht er da, ich sehe da drin ein bisschen, ähm, ja, Monty Python ganz stark. Ich glaube, dass es überhaupt Leuten gefallen dürfte, die Bock auf unkonventionellen, schrägen Humor haben. Es ist zwar schon klar, dass es eine Sketch-Comedy ist, weil natürlich, da wird jetzt ein Sketch an den anderen angereiht und es zieht sich auch ein gewisser roter Faden durch alle acht Folgen der Staffel, aber es ist schon, ja, sehr eigen. Also, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass 60-jährige Männer, und ich will jetzt da nicht despektierlich sein, aber derart, ja, unkonventionellen und frischen Humor auf die Scheibe zaubern. Es ist auch diese Art von Humor, die, also, Sketch-Humor, der jetzt nicht unbedingt am Ende eine richtige Pointe irgendwie braucht oder auf die dann hinaus arbeitet, sondern der Humor ergibt sich tatsächlich eher durch die, ja, durch die seltsamen Settings, in denen sie stattfinden. Deswegen kann ich, ja, da ich selbst Freund dieser Art von Humor bin, sehr viel damit anfangen und gebe da auch eine Komplettempfehlung raus. Ich muss zu meinem Sehverhalten sagen, bei mir war es so, ich habe die Nachricht von Stu gesehen, habe dann zum Essen die erste Folge geguckt und habe mir gedacht, ja, ganz nett und dann am nächsten Tag, ja, die restlichen sieben Folgen gleich am Stück geklotzt, weil auch von Folge zu Folge, finde ich, wird es immer wirrer und gefällt immer mehr meinem etwas doch abstrusen Humor. Ist von mir auf jeden Fall eine klare Sehempfehlung und, ja, wenn ihr Amazon Prime eh aufhabt, dann klickt mal drauf, könnt ihr nichts falsch machen. Ich gebe zurück ins Studio, tschö. So, da sind wir wieder zurück und wir bleiben auch im Segment Streaming, denn da ist letzte Woche auch etwas gestartet, so eine kleine Serie auf Netflix, schon mittlerweile in der dritten Staffel, ja, machen wir es kurz, Love, Death and Robots ist zurück mit eben der dritten Staffel. Neun Episoden haben es zu uns geschafft, die es durchaus in sich haben. Ich habe sie gesehen, manche von euch da draußen vielleicht auch schon, wer sie aber vor allem gesehen hat, ist der Torben und den begrüße ich recht herzlich. Hi. Hallo. Ja, Love, Death and Robots, ich freue mich sehr, dass wir beide das besprechen. Oh ja, auf jeden Fall, mir brennt es unter den Nägeln. Ja, es ist ja ungefähr, glaube ich, ein Jahr her, dass die zweite Staffel kam, die war ja auch schon verkürzt und was man wirklich so merkt, ja, sie haben mehr oder weniger die zweite Staffel eigentlich in zwei Hälften geteilt, weil wenn man jetzt halt die zweite und die dritte von der Episodenanzahl zusammenfropft, dann hat man im Prinzip eine, die genauso groß ist wie die erste. Ja, die haben in der ersten Staffel ja 18 Episoden rausgehauen. Entsprechend hoch war ja dann nach zwei Jahren Wartezeit die Erwartungen an die zweite Staffel und ja, die Anzahl sowie Inhalt waren dann doch ein bisschen ernüchternd. Das haben sie, da sind sie sich ein bisschen treu geblieben, zumindest was die Folgenanzahl angeht mit der dritten Staffel, aber die finde ich inhaltlich wieder einen ziemlichen Sprung nach oben, also besser als die zweite auf jeden Fall. Ja, würde ich mich anschließen. Also, allem voran, dass wir hier tatsächlich eine Folge haben, die auch Produzent David Fincher inszeniert hat und der hat damit auch zum ersten Mal tatsächlich, ja, so seine Zähe in Richtung Animation eben gesteckt. Also, sowas hat er, glaube ich, noch nie gemacht, soweit ich weiß. Ne, das ist, glaube ich, komplettes Neuland für ihn, aber er hat sich da schön ausgetobt, obwohl er von Tim Miller da auch Grenzen gesetzt bekommen hat, gerade was seine Folge angeht, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden. Okay, also wir werden natürlich jetzt nicht über jede Folge im Detail reden, weil das wird hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir können es ja mal einfach so ein bisschen Revue passieren lassen. Die erste Folge ist tatsächlich so eine Rückkehr eigentlich zu den Wurzeln. Das ist, soweit ich weiß, ein ähnlicher Plot eigentlich wie bei der allerersten Folge der ersten Staffel, ne? Die erste war Sonys Vorteil. Ach so, okay, da habe ich nicht vertan. Die Folge eins, Staffel eins, war Sonys Vorteil. Genau, dann haben wir jetzt hier eine Rückkehr zu den Three Robots, ne? Die erste Folge der dritten Staffel ist tatsächlich die David Fincher Episode Schlechte Reise. Ach so. Und danach kamen, soweit ich weiß, die drei Roboter. Okay, ja gut, die Reihenfolge ist ja eigentlich, die ist egal, man kann sich das ja, also ich meine, die bauen ja nicht aufeinander auf, gar nichts. Aber Three Robots war, also es war tatsächlich die erste, die ich gesehen habe und ich glaube auch, ich meine, es war auch schon bei der ersten Staffel so, dass die Reihenfolge für einen bei Netflix auch nicht immer gleich ist. Vielleicht liegt es auch da. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Könnte Absicht sein. Ja, also Three Robots kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es war halt schön, das nochmal zu sehen und es ist halt wie das andere schwarzhumorisch dystopisch. Ich dachte mir zwischendurch, sie sind irgendwie in der Welt aus Wall-E gelandet. Ja, animationstechnisch hat sich da jetzt nicht so viel getan. Ja, ist ein solider Einstieg gewesen für mich. Ja, ist eine Fortsetzung eigentlich aus der ersten Staffel. Wir sehen unsere drei Freunde zum zweiten Mal innerhalb dieser Serie, hoffentlich nicht zum letzten Mal, weil ich stehe auf diesen Humor, über drei Roboter, die sich darüber beömmeln, wie saublöd doch die Menschen waren und ja, dass sie nun untergegangen sind. Ja, aber am besten ist der Schlussgag, den ich jetzt nicht vorwegnehme. Der war witzig, weil ich auch an besagten Herren gedacht habe, als es kommt. Im Nachhinein, als ich mir die Folge nochmal angesehen habe, dachte ich mir, okay, sowas Popkulturelles, weiß nicht, ob das bei jedem zündet, weil, ob das in ein paar Jahren vielleicht sich da nicht ändert oder es wird vielleicht jemand anders oder sonst was, aber es ist okay. Es hat gezündet in dem Moment. Es ist ja nicht ganz so zeitlos, da hast du schon recht mit. Ja, ja, und Love Theft of the Robots ist eigentlich zu einem ganz großen Teil auch zeitlos, finde ich zumindest. Ja, ja, nee, doch würde ich mich anschließen. Also es ist ja, für mich war die zweite Folge dann tatsächlich die David Fincher-Folge, die animationstechnisch wirklich der absolute Wahnsinn ist und das halt von jemandem, der noch nie Animationen gemacht hat. Inhaltlich ist es so eine, ja, ich glaube, du dürftest ziemlich begeistert gewesen sein, so als alter Lovecraft-Fan, ne? Das exakt und dann auch noch zu einer anderen Folge, die natürlich auch in meinen Top 5 gelandet ist, aber dazu kommen wir auch noch. Ja. Ja, das ist die Fincher-Folge und die wollte er unbedingt machen, weil er von den Animationsmöglichkeiten, was Wasser angeht, ziemlich angetan war und er wollte eigentlich dreckig, düster, schmutzig, am besten, dass die Typen noch alle am schwitzen sind und du den Film wirklich riechen kannst, wo er Miller gesagt hat, nee, Junge, du kriegst nur 300 Frames, das ist zu krass. Okay. Aber er hat das Beste draus gemacht, auf jeden Fall. Wir haben es als kurzer Einstieg bekommen, haben wir es mit einer Haifang-Crew zu tun, die irgendwelche Riesenhaie jagen muss oder will oder soll und dann kommt eine gigantische Krabbe, überfällt diese Crew, tötet einige und nistet sich dann in diesem Schiff ein und was dann passiert ist, ja, es macht Spaß, sag ich mal so, ich will auch nicht alles spoilern. Nee. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, auf wieder mal natürlich hohem Niveau optisch, da muss man wirklich sagen, Love, Death & Robots, das ist fast schon, das muss man leider sagen, ist Standard wirklich, weil jede Folge sieht geil aus, inhaltlich kann man halten, was man will, aber das ziehen sie durch, da kann man absolut nichts aussetzen an der optischen Qualität dieser Serie. ja. Ja, so gerade das hier muss ich wirklich nicht vor Kino verstecken, also ich musste, ich musste auch ganz häufig an, den mochte ich ja sehr gerne, es gab ja vor zehn Jahren oder so, da kommt ja leider nichts mehr, diesen Tim und Struppi Film von Steven Spielberg gab's ja auch, da war ja auch jemand, also Spielberg hatte ja auch noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit Animationen und ich hatte den Eindruck, dass er gerade in diesem Metier sehr aufgeblüht ist. bei Fincher, also ich muss zugeben, das wusste ich jetzt nicht, was für ihn der Reiz an der Geschichte war, weil das ist halt so ein bisschen die Frage, ich sehe nicht ganz so viele, sage ich mal, Stilistiken oder inszenatorischen Maneerismen von Fincher, halt vielleicht so rein erzählerisch hat es manchmal für mich so ganz leichte Vibes von Alien 3, aber ansonsten ist mir da jetzt nicht so viel aufgefallen. War ja Alien 3 bis heute verleugnet, dass er da dabei war. Ja, genau, also Gruß an David Fincher, das habe ich nie gesagt, was ja noch ganz schön ist, das Skript zu der Folge ist tatsächlich sogar von Andrew Kevin Walker, mit dem er ja schon bei sieben zusammen gearbeitet hat und der jetzt gerade so als Drehbuchautor wieder von den Toten aufersteht, hat man das Gefühl, also der hat ja zuletzt Windfall für Netflix geschrieben, kann man auch sehr gerne reinhören, haben wir besprochen von ein paar Wochen und der wird jetzt auch oder hat jetzt auch das Skript zu dem neuen David Fincher Film The Killer geliefert, der jetzt noch dieses Jahr wahrscheinlich rauskommen wird. Okay, ja krass. Kann man sehr gespannt sein. Ansonsten wirklich tolle Folge, also war für mich tatsächlich mit das Highlight, auch wenn ich mit der Hauptfigur so ein bisschen beziehungsweise ja, was heißt Hauptfigur, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt tatsächlich zu connecten, aber das ist wahrscheinlich auch gewollt. Ja, du erfährst hier erst am Ende wirklich, dass der auch, sag ich mal, ein Herz hat irgendwo, muss man so zu sagen, weil er ja eigentlich was, ich sag jetzt mal vorsichtig, moralisch nachvollziehbares tut. Das ist der Einzige, der, er wird unsympathisch verkauft, ist dann aber am Ende derjenige, der den, der es nochmal umkehrt, sag ich mal. Ja, wir haben ja, generell ist ja Moral auch durchaus immer auch ein, äh, ziemliches Thema in Love, Death & Robots, ne? Ja, oft. Also, das zieht sich ja durch einige Folgen durch. Äh, welche waren die nächste, die du gesehen hast? Der Puls der Maschine. Ja, genau, richtig. Ja, zu der kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Visuell fand ich die echt toll. Die ist in so einem, so einem, so einem Cell-Shading-Look, glaube ich, ne? Und, ja, inhaltlich, weiß nicht, es handelt ja eigentlich nur davon, dass halt ne, äh, irgendwie zwei, zwei, äh, Astronautinnen oder Wissenschaftlerinnen auf jeden Fall abstürzen, äh, auf einem Planeten, der größtenteils, glaube ich, aus Wüste besteht. Und eine von denen, äh, rafft es aber dahin bei der Landung und die andere muss sie dann durch die Gegend schleifen und dann wird ihr immer mehr bewusst, dass, äh, äh, dieser Planet eigentlich, ja, irgendwie, wie, 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 wie hast du es verstanden? Ja, am Anfang glaubt sie ja, dass sie verrückt wird, weil der Sauerstoff wird knapp und sie schleift halt ihren toten Kameraden, äh, da halt durch die Gegend und glaubt, sie wird wahnsinnig, weil sie Stimmen anfängt zu hören. Aber dieser Planet ist wohl, ist wohl eine riesige Maschine und hat eine, hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, über die er da mit der Frau in Kontakt tritt. So hab ich das mir zusammen gereimt. Die Folge hat auch in meinem Bekanntenkreis sehr hohen Anklang gefunden. Ja, ähm, ich, ich glaube, ja, also emotional hat die für mich, glaube ich, auch nicht so funktioniert. Beziehungsweise hab ich mich so ein bisschen gefragt, wo will die eigentlich hin? Eben, die wollen ja zu so einer Rettungsstation oder was, oder das wird immer so angedeutet, aber weiß man nicht. Also das ist so ein bisschen, ja, ist halt natürlich auch ein Überlebenskampf, aber also das hat mich irgendwie auch so so plottechnisch hab ich mich auch gefragt, was will das Ding jetzt genau von mir, aber das war so ein bisschen komisch. Also ist schon eine der schwächeren Folgen, visuell ist die aber trotzdem ziemlich. Ja, das sind so alle. Aber mehr kann man da jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Ähm, Highlight war für mich tatsächlich auch noch Night of the Mini-Dead. Oh, ja. Ist übrigens die einzige Folge, wo mal ein bisschen Love drin vorkommt, ne? Ja, tatsächlich. Sonst haben wir sehr viel Dev und nur ein bisschen Robots. Ja, kennt man ja von der Serie. Ja, es ist fantastisch, diese Öffnungsszenen für die auf dem Friedhof vögeln und auch so, so, so wirklich so random Kram, wie sie dann halt fertig sind mit der Arbeit, sag ich mal, und der Typ dann noch auf der Statue da rumklettert, die dann auch noch beglücken will. Und ich bin denk, okay, warum? Und dann schlägt der Blitz ein, das Kreuz kippt um und die Hölle bricht los. Ja, es ist also, ähm, um's ganz kurz zu machen, äh, man stellt sich einfach World War Z vor, äh, den man guckt aus einer Perspektive, als wenn man eine Modellstadt vor sich hat. Ja. Und es ist, äh, es ist sehr kurz, es ist sehr präzise, es hat super Timing, es hat super Humor, es ist herrlich, ja, es ist ja eigentlich schon Galgenhumor größtenteils, aber es ist wirklich, äh, es ist klasse, wirklich. Also das war ein kurzes, aber bündiges Highlight für mich. Ja, du hast wirklich, wie lange geht das? Vier Minuten, fünf Minuten? Ja. Hast du durchweg Gags, du hast durchweg eine Story, du hast kleine Charaktere, die dir so ein bisschen ans Herz wachsen und es hat auch ein abgeschlossenes Ende, also noch abschließender geht's ja eigentlich nicht. Stimmt, stimmt, ja, obwohl, ah, das Ende ist halt auch, ja, nee, also das, das ist wirklich, äh, für sowas muss man halt diese Serie lieben, also das, das geht so ein bisschen vom, vom Humor geht's auch so ein bisschen in die Richtung mit hier mit, äh, in der ersten Staffel mit, äh, was wenn der Joghurt die Welt beherrschen würde oder so, ne? Oh ja. So in die Richtung geht's. Ja, ja. Ähnlicher, herrlicher, zynischer Humor, find ich super. Es ist auch sowas, also, das ist auch wirklich so, sowas, wo man nicht mit rechnet, wenn man diese Serie guckt, das, äh, deshalb sollten wir jetzt über die ganze Sache vielleicht gar nicht so viel verraten, weil der Reiz von Love, der von Robots ist ja auch tatsächlich, man macht es an und man hat keine Ahnung, was kommt, man sieht dann nur diesen Titel und denkt sich so, okay, was kommt jetzt, ne? Ja, ja. Gönnt's euch einfach, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Dann haben wir natürlich noch ein Angebot Kill Team Kill, ähm, die, ja, tatsächlich, da war ich echt platt, dass die ausgerechnet von Jennifer Yu Nelson inszeniert ist, das ist nämlich die Regisseurin von, äh, Kung Fu Panda 2 beispielsweise. Oh, okay. Und dass die so ein, ja, ich sag's mal, wirklich schon blutrünstiges Ding abliefert, das hat mich schon gewundert. Es ist wirklich so ein 80er-Jahre-Predator-Vibes-ausstrahlender Film, wo irgendwelche muskelbepackten Söldner irgendwo hin müssen, um irgendwas zu fixen, aber dann, ja, ist ganz schnell mit was anderem zu tun bekommen. Richtig. Also, sie glauben, sie sind in einem Actionfilm, merken aber dann, dass sie in einem Horrorfilm gelandet sind. Und es ist wirklich, also, ist es, ist es, also, grundsätzlich ist diese Staffel sehr blutig, sagen wir's mal so, aber die Folge setzt, glaub ich, allen die Krone auf, oder? Ja, es ist auf, naja, gut, äh, zumindest was menschliche Tode angeht. Ja. Es gibt dann noch eine Episode, die sich auf tierische Leichen bezieht. Oh, ja, 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 stimmt, natürlich. Ja. Ähm, ja, schon, also, vom menschlichen Count her ist es, würde ich sagen, die blutigste, aber auch, hat auch ein paar richtig schöne Gags drin, weil die Charaktere auch so ultra platt sind und irgendwelche pubertären Peniswitze da dauernd rausfeuern. Ja. Aber dann auch so charmante Macken entwickeln wie der eine Söldner, der dann noch diesen Roboterhund, äh, sich mit dem anfreundet und dann ernsthaft um ihn weint, als der zerstört wird. Ja. Und, äh, ja, bis hin zu, also, es ist wirklich dermaßen drüber, diese, diese Charaktere. Es ist aber auch so eine leichte Wiederkehr, es ist ein wiederkehrendes Motiv offenbar bei Love, der von Robots hier auch, dass man öfter mal irgendwelche Söldnertrupps wohin schickt und die dann abgemenzelt werden oder mit was anderem konfrontiert werden. Ja. Das war in der ersten Staffel auch schon mit Dracula. Stimmt. Dann ja hier mit den, mit Kill Team Kill, aber auch mit dem Begraben im Gewölbe, da gibt's auch wieder ein Fireteam irgendwo am Arsch der Heide und, ja. Ja, also, ich fand sie, ach ja, irgendwie hat die Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor allem die letzte Einstellung, ohne die jetzt zu spoilern, die fand ich halt echt geil. Ja, ist schon cool, also, ist eine tolle Folge, ist auch in meinen Top 5 gelandet, logischerweise. Hast du, oder hast du, hast du es dann nicht so, ähm, äh, im Abschirm auf dem Schirm gehabt, dass die tatsächlich von einer Frau inszeniert ist? Das hab ich so wirklich nicht, äh, nicht wahrgenommen direkt. Direkt der nächste Folge haben, nee, nee, also, nicht bewusst, aber find ich krass. Schon ungewöhnlich, eigentlich, ne, also, Chapeau, fand ich schon, ist vom Zeichenstil jetzt nix, was man nicht schon vorher gesehen hat, aber, äh, ist natürlich auch irgendwie sehr retro, natürlich, ne? Ja. Schön in 2D. Strahlt halt wirklich so 80er-Jahre-Ding aus. Ja, wirklich. Und dann haben wir noch, äh, die war für mich zumindest interessant, ja, also, ich, ich muss sagen, also, es ist schon wirklich so eine der besseren Folgen, äh, der Schwarm, beziehungsweise eigentlich nur Schwärmer, äh, von, äh, Tim Miller, äh, also, dem Deadpool-Regisseur, der das Ganze ja zusammen mit David Fincher hochgezogen hat, die ist, ja, ich sag mal, interessant, aber sie hört irgendwie da auf, wo's wirklich richtig interessant wird, so im Nachhinein, ne? Schon, aber das haben sie leider öfter mal bei Episoden, dass sie an der Stelle, wo's, wo's sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut weitergeht, dann auch wegschneiden und der Rest ist dann der Fantasie des Zuschauers überlassen. Ja. Die sieht bombastisch aus, du hast dieses Kastensystem, dieses ein bisschen so an Sozialismus erinnerte Kastensystem des Schwarms und, äh, ja, die herausfinden will, ob die Menschen sich eignen zur Assimilierung, was sie wahrscheinlich nicht tun, da wir aufgrund unserer Individualität und so weiter da nicht für geeignet sind, aber, ja. Ja, das war halt durchaus auch eine Folge, die so, äh, durchaus auch mal wieder philosophische Gedankenanstöße so mitgebracht hat, ne? Mhm. Auch wenn sie wieder ne, ne, ja, ne Schwarmintelligenz haben, ähnlich wie in schlechte Reise, von der wir merken, wie clever sie eigentlich ist, wo wir am Anfang denken noch, dass sie ziemlich doof ist, die aber wieder einen Menschen braucht oder Körperteile braucht, um mit uns zu kommunizieren. Das haben wir ja auch hier in Wiederkenntnis-Motiv. Stimmt, ja. Ja, ja, ein Wirt sozusagen dann auch ein Stück weit, ne? Ja, genau. Es hatte natürlich irgendwie auch einen gewissen Alien-Vibe. Ja, auf jeden Fall. Äh, sag ich mal, ne? Das ist ja auch durchaus bewusst, also, also visuell ist die, also, Tim Miller, ich war nicht der größte Freund von seinem Deadpool-Film, aber im Animationsbereich hat der echt was drauf. Also, der hat ja auch letztes Jahr diesen, äh, äh, hier der ertrunkene Riese, glaub ich, gemacht. Ja. Da war ich auch total völlig geplättet, dass die von ihm ist. Also, das, das hätt ich ihm nicht zugetraut, dass er so was ruhiges, melancholisches, Emotionales erzählen kann und das ist ja jetzt hier wiederum ganz was anderes nochmal, ne? Also, das ist schon, also, in dem Bereich macht man dem echt nix vor, das muss man dem wirklich lassen. Das ist richtig. Aber insgesamt, ja, ne Folge, die irgendwie Luft nach oben gehabt hätte und, also, klar, natürlich will man's irgendwie dem Zuschauer überlassen, aber, ja, es ist so ein bisschen, also, bei manchen Folgen Love, Death & Robots hast du ja das Gefühl, dass du so ein bisschen so einen Pitch siehst für nen, für nen richtig vollwertigen Film und hier hast du halt das Gefühl, dass das Geld ausgegangen ist und das Licht zu früh angeht, so ein bisschen, ne? Ja, vielleicht, also, ein paar würden sich auch als Film auf jeden Fall eignen. Definitiv. Hier, ja. Hier kann man wiederum mutmaßen, wie's dann weitergeht, das, äh, ja. Ja, es hat zugleich irgendwie Reiz, also, ich mein, ich mag das ja irgendwie auch, wenn man dem Zuschauer was überlässt. Ja. Dann kommen wir noch zu einer relativ leichtgewichtigen Folge, wobei die auch, ja, irgendwie hatte die auch geilen Humor. Äh, Masons Rats, also Masons Ratten, ja, ganz kurz umrissen, ein Farmer hat ein Rattenproblem, beziehungsweise genmanipulierte Ratten, die immer intelligenter und immer, äh, ja, zivilisierter nicht unbedingt, aber halt, äh, kreativer wäre. Organisierter. Genau, genau. Ob's ein Geet-Experiment sind, wissen wir nicht. Wir sehen nur, dass die offensichtlich intelligent sind und angefangen haben, sich zu organisieren. Ja, es wurde angedeutet, glaub ich, ne? Ich weiß es nicht genau. Es ist ja, ist ja auch eine relativ kurze Folge. Äh, ich mochte die tatsächlich. Ja, die hat mein, die hat mich so ein bisschen abgeholt, die hat auch ein bisschen mein Herz gekitzelt, sag ich mal. Also, offenbar ist der Dritte Weltkrieg, hat ja schon stattgefunden, weil es wird erwähnt, dass es wie der Vierte Weltkrieg ausgeht, offenbar. Ja, genau. Und der alte Redneck oder was es ist, ist mir mit seiner grantigen Art genauso ans Herz gewachsen, wie am Schluss die Ratten selbst, die dann Schrotpatronen ihren Selbstgebrannten da so finden. Weil es ist stellenweise echt sau brutal, wie du merkst, wie die einfach nur ums Nackte überleben kämpfen, ab einer gewissen Stelle. Ja, und was da auch für Technik angewandt wird, einfach nur um Schädlinge loszuwerden. Also, er ist natürlich völlig drüber, aber schon amüsant gewesen. Wie einfach ein Roboter zur Schädlingsbekämpfung da einen brutalen Vernichtungskrieg gegen irgendwelche Ratten da anfängt und du hast dann da so ein bisschen Invasionsszene von James Ryan-Vibes. Ja, und vor allem, wie die auch, das ist ja eigentlich fast schon eine Art Wettrüsten gewesen. Also, die Ratten haben sich ja auch immer weiterentwickelt in ihrer, sag ich jetzt mal wirklich, Waffentechnik. Ja, die haben eine von diesen Roboterkanonen, was sie ja zuerst aufgefahren hatten, eine von diesen Selbstschussanlagen, wo sie sagen, ja, wir haben vier geborgen, die fünfte, keine Ahnung. Meinte Mason ja auch noch, ja, ja, die haben die Ratten, ja, aber es kommt auf die Verlustliste, haben wir nicht gefunden. Und dann siehst du ja, dass sie die noch anschließend gegen den Roboter einsetzen. Ja, ja, das ist, ach Gott. Aber ich fand die wirklich ganz amüsant, also jetzt kein, wird jetzt nicht in meiner Liste landen, aber den Humor mochte ich tatsächlich auch. Ich fand die charmant, die hat mir gefallen. So, dann sind wir auch schon fast durch, ne? Zwei haben wir noch. Genau, und dann kommt wahrscheinlich eine, die dir wahrscheinlich selbst zugesagt haben dürfte, ne? Oh ja, die vorletzte. Begraben im Gewölbe. Wir haben wieder ein Feierteam irgendwo, die, wir wissen nicht genau wo, aber die aus Gründen Leute jagen, wir wissen auch nicht, was diese Leute verbrochen haben, aber sehr, sehr schnell merken sie, dass sie sich mit was angelegt haben, gegen das sie keine Chance haben. Und später stoßen sie dann auch auf etwas ganz anderes, ja, das da drunten wartet und auf seine Befreiung eben wartet auch. Ja. Deiner Tipp ist, es hat Tentakel und es ist nicht Soldberg. Sehr gut, ja. Ja, es ist, es ist wieder wie so ein bisschen wie bei Schwärmer bei mir. Da, wo es richtig, richtig cool und spannend wird und man drin ist, ist plötzlich Schluss. Wobei es auch beim Ende, das könnte man auch sonst wie interpretieren, dass sie das tut, was sie getan hat, eben um nicht zu Ende wie ihr Kollege eben wahnsinnig zu werden oder weil sie es schon ist und das so das Grauen ist, das können wir gar nicht fassen und deswegen sehen wir auch nicht, wie das Ende ausgeht, weil sie es einfach schon komplett durchgedreht ist und dann das getan hat, was sie sich dann nochmal antut. Ja, durchaus, also ich muss sagen, also den Schluss, den fand ich nicht ganz so unbefriedigend wie bei Schwärmer, weil es gibt ja dann noch eigentlich so eine, ja weiß nicht, also angenommen, es wäre jetzt wirklich ein Spielfilm gewesen, dann hätte es den Abspann gegeben und dann halt diese letzte Szene so als Post-Credit-Szene. Das hat für mich hier schon besser funktioniert. Technisch muss ich sagen, ist das Ding halt auch echt toll, aber das muss man eigentlich fast gar nicht mehr, aber das, also die hauen hier Bilder raus und Ästhetik und vor allem die Folge hatte ja auch, wenn irgendwas einen richtig harten Vibe von Alien-Zurückkehr hatte, dann das hier, ne? Auf jeden Fall, nicht nur das, das hatte, äh, man will fast schon sagen, ein bisschen Prometheus sogar. Ja. Aber, ähm, weil, weil auch das Feierteam auch hier und da mal wieder ein paar dämliche Sachen tut, aber genauso wie bei Prometheus, oh und aus ist es wesentlich, ich will es streicheln, oh, es bricht mir den Arm, es ist in meinem Anzug. Ja, ja, ja. Aber letzten Endes gibt es dann halt so viele kleine Sachen, die einem dann auffallen und du denkst, wer hat das Viech da unten zum Beispiel gebannt, weil es hängt in Ketten und Bandsprüche, sind auf Tafeln geschrieben, äh, also es gab offensichtlich was Größeres noch oder was Mächtigeres in dem Moment. Oder was waren die beiden Typen, die da noch hingerannt sind und die der Sargent oder was es war dann abgeschossen hat? Mhm. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, ja, die natürlich dann auch so ein bisschen im Raum bleiben, ne? In der Hinsicht hat er dann vielleicht auch was tatsächlich gemeinsam mit Prometheus. Ja, vielleicht. Ich meine, da wird gerade sein Team abgemetzelt und er konzentriert sich darauf, die Zielperson abzuknallen, statt seine Leute zu retten, aber ist okay. Ja, es ist, also ich fand den, ich fand den gut und interessant, dass, ja, wie gesagt, manche dieser Sachen sind, sind vielleicht manchmal fast schon zu kompakt und zu kurz. Mhm. Aber, ja, es ist trotzdem auf jeden Fall schön, dass es sowas noch gibt, also vor allem auch dann in dieser Härte, ne? Ja, auf jeden Fall. Da hoffe ich, haben wir nicht zum letzten Mal von was gesehen, also gerade besagtes Franchise, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, dass sie da nochmal ein bisschen was hervorkraben. Stoff genug gibt's, ja. Stoff genug gibt's definitiv, ja. Da kommen wir dann jetzt auch schon zum letzten Titel, zur letzten Folge, Jibarro. Ich glaube, die spaltet so ein bisschen die Gemüter. Sie ist ja vom selben Regisseur, der, glaube ich, The Witness gemacht hat in der ersten Staffel. Ja, die Augenzeugen mit diesem Loop. Genau, man sieht auch sofort die Handschrift, das ist auch wieder eigentlich im Grunde mit einer modernen Form der Rotoskopie-Technik gemacht. Also, wem das jetzt nicht sagt, Rotoskopie ist, wenn man real etwas filmt und dann im Nachhinein drüber gemalt wird. Das war sehr, äh, on Vogue tatsächlich so in den 70er, 80ern. Letztes Jahr hab ich ja so einen Film besprochen, The Spine of Night, der lief ja auf dem Fantasy-Filmfest. Der hat das Ganze so wieder aufleben lassen und hier ist es eigentlich ähnlich, nur dass man hier eben nicht, äh, äh, mit, mit Trick-Animationen drüber geht, sondern eben halt mit CGI. Und, ähm, ja, die Handlung, falls man sie halt so nennen kann, ist ja eigentlich nur, dass, äh, so, Conquistadores sind das, glaube ich, im Wald, ne? Ja, ja, es wirkt sehr spanische Conquistadores irgendwo in Südamerika. Die auf so eine, äh, Sirene treffen, die aus dem Wasser kommt und die sie anscheinend, ja, irgendwie tanzen und mit, mit tanzenden Bewegungen und Schreien auf jeden Fall nach und nach tötet. Und der Einzige, der dann irgendwann übrig bleibt, ist halt ein Soldat, der, äh, einfach nur überleben kann, weil er halt, äh, taub ist, soweit ich weiß. Ja. Ja, und mehr muss man da jetzt eigentlich gar nicht zu verraten. Es ist eine sehr simple Prämisse. Die Machart ist tatsächlich, das wird nicht jedem gefallen, aber das ist vielleicht auch das Schöne daran. Die Machart ist schon schön ästhetisch. Auch hier Wasseranimation wieder, also, es sieht top aus. Die, ja, die Moral von der Geschichte ist, ja, die Natur wehrt sich, will nicht, äh, ausgebeutet, ausgeplündert werden. Und es ist so ein bisschen, ja, es endet so ein bisschen nichtssagend, finde ich, dass der Einzige, mit dem man dann noch mitfiebern kann, weil er der Einzige ist, der eben noch lebt, dann irgendwann auch sein Gehörsinn wiederbekommt. Und eine totale Reizüberflutung natürlich erleidet, nur um dann das Schicksal seiner toten Kameraden zu teilen. Und ich mir denke, ja, super, dann lass ihn doch gleich hören und alle krepieren. Und die Episode endet zwei Minuten früher, aber dann hast du auch direkt so ein Bumm, Stille, Ende. Legt euch nicht mit, äh, mit irgendwelchen uralten Naturgeistern oder sowas an. Also, da nach hinten draußen ein bisschen zu viel, aber ist nur meine subjektive Meinung. Ich finde jetzt einen Gedanken aber sehr interessant, den du aufgeworfen hast, dass der Mensch da irgendwie als Eindringling, also ich meine, es sind ja, also Conquistadores, da ist ja irgendwie auch so eine, sag ich mal, so eine, also es sind ja immer auch, steckt ja schon im Namen, Eroberer, ne, irgendwie auch so eine gewisse Aufbruchstimmung und dass die dann ausgerechnet, also, dass man sich so ein Szenario dafür ausgesucht hat, das ist vielleicht schon durchaus beabsichtigt. Also, visuell ist das Ding, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist manchmal fast schon so ein bisschen Found-Footage-mäßig auch gefilmt, ne? Ja, von dem, ähm, von der reellen Forte auf jeden Fall, dass man glaubt, man ist so mittendrin und wirklich mit dabei. Ja, also man, man merkt auf jeden Fall, dass es nicht einfach nur CGI ist, sondern dass da wirklich irgendwie was, äh, real gefilmt und dann verfremdet wurde. Es wurde auf jeden Fall was dazu gefilmt. Und ich hab ein bisschen Make-Off-Material dazu gesehen. Allein die Tänze und so weiter, dass sie sich da inspiriert haben lassen. Es wurde auch hier und da angekreidet, dass die Rüstungen viel zu schwer und viel zu klobisch sind, sodass die gar nicht so sich ästhetisch bewegen können, wie sie's dann in der großen Sterbesszene tun. Aber, ey, wir sind ja bei Love, Death and Robots, das muss jetzt nicht alles so ultra-realistisch sein und was nicht alles. Ne, es hat auch keinen Realismusanspruch, also. Ne. Das ist, äh, und das Ganze ist auch eh inszeniert wie ein einziger großer Fiebertraum. Also, ne, da muss man nicht mit irgendwelchen Logeleien oder was rangehen. Ja, allein schon wie dieser Wassergeist, diese Nixe, diese Sirene einfach nur sich komplett verausgabt und dann eine halbe Sinnkrise kriegt, nur weil sie nicht drauf klarkommt, dass der Typ nix hört. Ja, ja, das, ach, ja, es ist eine sehr interessante Folge, das kann man, glaub ich, sagen. Also, ähm, ich, viele in der Redaktion sind ja auch, glaub ich, ziemlich begeistert gewesen von der, wie ich das mitbekommen habe. Äh, ist auf jeden Fall schon eine der, der besseren ästhetisch wirklich, man muss, man muss sagen, also, rein bildästhetisch ist das wirklich was, was man nicht so alle Tage sieht. Auf die Dauer kann es aber vielleicht auch ein bisschen repetitiv sein, äh, irgendwann. Also, es ist ja, glaub ich, schon eine der längeren Folgen. Ich glaub, die geht so 14 Minuten oder so. Ich glaub, nur, äh, nur die schlechte Reise ist, glaub ich, noch länger. Genau, ja, 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 gut, die hat dann, ja, gut, die hat dann ja ... Aber die erzählt auch mehr. Ja, richtig, die, die ist plottgetriebener. Das hier ist ja irgendwie fast, ja, weiß ich nicht. Aber, äh, in jedem Fall auch sehenswert und, ähm, äh, ich würd tatsächlich gern noch mal was in diesem Stil sehen, aber vielleicht was Kürzeres, muss ich dazu sagen. Da gab's ja Old Studios mit Sigourney Weaver unter anderem in der ersten Episode, die ähnlich aufgezogen ist in manchen Episoden. Das, äh, nur mal hier am Rande erwähnt. Gibt's auch bei Netflix, aber ... Ah, okay, ja, super. Also, alles in allem, äh, würd ich sagen, gegenüber der zweiten Staffel, ja, so ein, wieder so ein, so ein kleiner Aufwärtstrend. Ja. Stilistisch tatsächlich auch irgendwie geschlossener als die zweite. Hin und wieder halt mit, mit diesen herrlich, äh, sarkastischen, äh, Galgenhumorspitzen da drin. Also, Night of the Mini-Dead, ne? Ähm, ja. Das ist eigentlich eines meiner Highlights. Das ist großartig. Das ist mein persönlicher Platz drei. Also, für, für, für solche Spinnereien, weißt du, normalerweise wäre sowas einfach irgendwie auf YouTube gelandet oder so. Ähm, und, äh, es ist halt geil, wenn es, äh, wenn du halt nicht damit rechnest, sondern kommt sowas halt einfach in so einer Kurzfilmsammlung vor. Ja, ich, also ich, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Äh, ich hoffe auch, dass es noch weitergehen wird, weil, auch wenn jetzt nicht natürlich jede Folge, also ich glaube, es gibt ja mittlerweile 35, 38 Episoden inzwischen. Ich glaube, es sind 35 sogar. Genau. Äh, ist ja schon mittlerweile einiges. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihnen die Ideen ausgehen und sie haben ja auch immer, äh, als, als Vorlagen haben sie auch immer, äh, Kurzgeschichten bekannter Sci-Fi-Autoren und so weiter. Also, ich hoffe, dass da noch einiges kommen wird. Nur, sie sollen sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Es war halt schwierig, wie gesagt, nach, äh, zwei Jahren Wartezeit, weil nach der ersten zur zweiten Staffel hin, waren halt die Erwartungen ultra hoch und jetzt ein Jahr Wartezeit zwischen zwei und drei, dass man sagt, ja, okay, ähnliche Folgenanzahl, jetzt haben sie sich so eingegroovt, äh, fühlt sich, fühlt sich jetzt wieder eine Ecke richtiger an. Jetzt wissen wir so ungefähr, in welcher, äh, Anzahl wir uns hier bewegen wollen. Ja, man merkt halt, dass sie, äh, glaube ich, mit dem Erfolg der ersten Staffel, dass sie das nicht so auf der Rechnung hatten, glaube ich. Ja. Ne, dass das so einschlagen würde und es kam ja auch wirklich, das, das kam ja wirklich fast aus dem Nichts, ne. Also, ich meine, das ist ja bei Netflix oft so, aber, äh, bei der ersten Staffel war halt keine Erwartungshaltung und dann klotzen die halt 18 Episoden raus, die halt wirklich ein einziger feuchter Traum waren. Ja. Da ist für jeden was dabei. Ne. 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 oder so haben. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche aussehen wird. Vielleicht bist du ja auch immer nochmal dabei. Gerne wieder. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, und hört gern weiter den Telestammtisch. Unterstützt uns, bewertet uns. Ihr kennt ja den ganzen Spaß und ich sage ciao. In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Leute. Tschödelö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus